Hallo und herzlich Willkommen zu einem kleinen Reihenlinsen. FireMG hat mir nämlich ein Spiel empfohlen und ich würde es jetzt gerne antesten. Es ist nämlich Celeste. Und wenn es mir gefällt, dann mache ich vielleicht sogar gleich ein Let's Play draus. Okay, los geht's! Jupp. Mud Makes Games Inc. presents A Game by Matt, Noel, Amora, Pedro, Lena, Kevin and Friends Dieses Spiel speichert automatisch. Okay. Celeste. Ich bin gespannt. Uh. Klettern Option mit... Okay. Quatsch, ich wollte gerade Option sagen. Ich glaube, ich bleibe mal bei dem Namen. So, Madeleine. Atme einfach. Warum bist du so nervös? Okay. B ist springen. Wir haben keinen Doppelsprung. Öh. Mhm, mhm, mhm. Moment. Ich komme da nicht mehr hoch. Mist. Werd ich vielleicht eher gucken müssen. Oh. Oh. Moment, dann kommen wir da doch hoch. Perfekt. Ich möchte nämlich wissen, ob da oben was ist. Ha-ha. Ich bin... Der Erkunde schlechthin. Und es hat mir absolut nichts gebracht. Aber es ging. Gibt es Fallschaden? Nein. Puh. Oh, und wir können abspringen. Das ist ja perfekt. Mega cool. Ja, das gefällt mir jetzt schon gut. Entschuldigen Sie, Gneefrau. Ich dachte, es wäre ein Opa. Schade. Das Schild da vorne ist kaputt. Ist das hier der Pfad? Du bist fast da. Du musst nur noch über die Brücke. Übrigens sollten Sie mal jemanden wegen Ihrer Auffahrt kommen lassen. Die Kante ist eingestürzt und ich wäre fast raufgegangen. Wenn dich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht hat, könnte der Berg eine Nummer zu groß für dich sein. Der Blick. Ha-ha. 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 Der Blick. Nun, wenn so eine alte Schrulle wie sie hier draußen überleben kann, schaffe ich das wohl allemal. Wie du willst. Du solltest aber wissen, dass der Celestberg ein seltsamer Ort ist. Du könntest Dinge sehen. Dinge, auf die du nicht vorbereitet bist. Sie sollten sich Hilfe suchen, werte Dame. Ha-ha. Wie geil das ist. Okay, das ist... Oh mein Gott, wie geil. Wow, 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 wow. Huch. Da will man sich noch über das Lachen lustig machen. Wow. Spritten, ey, noch Y-Y-Lon. Wow. Cool. Das war nervenaufreibend. Du schaffst das. Oh mein Gott, wie cool das war. Das war ja jetzt schon echt gut. Ah, okay, und das sind unsere Haltepunkte quasi die verlassene Stadt. Na dann, das machen wir jetzt auch noch. Um eine Pause zu machen, wähle ihr im Pausenmenü jederzeit speichern und beenden. Du setzt das Spiel dann später am selben Punkt fort. Das heißt, Fortschritte gehen nicht verloren. Das ist schön. Ich muss das Sprinten dann gleich nochmal testen. Kann ich den Winkel beeinflussen? Oh ja, warte. Uh. Und auch nach unten. Okay, das ist ziemlich schick. Ähm. Ja, okay. Das ist eine kleine... Ha, wo möchte ich denn da... Kann ich runter? Oh. Kann ich anscheinend nicht. Ah, das ist cool. Uh, das ist cool. Was... Ah. Ich muss jetzt ein Stück tragen. Ich bin irritiert. Macht nichts. Oh, das ist fantastisch. Ich kann verstehen, warum du das Spiel magst. Fire. Definitiv. Hm. Moment. Das war zum Glück gerade gar nicht gewagt oder so. Wow. Und auch überhaupt nicht knapp. Äh. Wow. Gut, besser. Was ist das zum... Wow, wow, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann auf der Kette stehen. Oh, wow. Moment. Das machen wir nochmal. Gewagt. Geschickt. Und clever. Oh, man schießt sich selber weg dadurch. Moment. Das möchte ich anders machen. Hm. Moment. Oh. Oh. Ach, schade. Aber wir kriegen das hin. Ich denke, das ist trotzdem machbar. Perfekt. So, dann rutschst du jetzt gleich nochmal. Äh. Ich wollte mich doch geschickt ranhalten. Das hat nicht so funktioniert. Ich mach das jetzt nochmal. Das ist bestimmt viel zu umständlich, aber... So, mach das nochmal. Perfekt. So wollte ich das. Schon besser. Hm. Wow. Habt ihr das gesehen? Moment. Wie gemein. Das stützt bestimmt ein, ja. Okay, kommt das nochmal zurück? Hm. Vielleicht kommt es zurück, aber... Wenn, dann kommen wir jetzt da so nicht ran. Ach, man kann nur einmal daschen. Okay, das muss ich mir merken. Ah, war das jetzt klug? Moment. Okay, okay, okay. Gut. Puh. Moment, was ist eigentlich auf der anderen Seite? Nichts? Aber man hat zumindest jetzt gerade gelernt, dass wir nicht unendlich lange klettern können. Auch das ist nice. Mhm, 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 mhm. Ei. Ich dachte, wir schnippen weg, aber ich bin wirklich im richtigen Moment gesprungen worden. Okay. Mhm, 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 mhm. Gut. Ähm. Was ist denn hier noch? Hier ist gar nichts. Moment, ich muss das anders machen. Ähm. Einmal so, einmal so. Gut. Und einmal so. Hui. Okay, okay. Oh, das gefällt mir richtig gut. Was ist das denn? Ich geh mal kurz hier lang. Ähm. Also, wenn das Spiel so ähnlich ist wie, ähm, Catbird, dann sind das da. Dinger zum Doppeljump machen, aber anscheinend nicht. Aber vielleicht können wir nochmal sprinten. Okay. Das war also richtig. Puh, das macht es nicht leichter. Uh, wer bist du denn? Hi, na. Hallo, ich bin Weggefährtin. Oh. Hi. Gleich mal weggehen. Was für eine Wahnsinnsnacht zum Wandern. Äh. Ja. Dieser Ort hier ist schon echt verrückt. Kann, äh, kann kaum glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Nicht der leichteste Aufstieg, was? Aber ich denke mal genau das, was ich gesucht habe. Wow, das klingt ziemlich ernst. Ich freue mich einfach an so einem einsamen Ort, einen anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ich bin übrigens Theo, ein Abenteurer aus fernen Landen. Redest wohl nicht gerne, was? Mysteriöser, einsamer Wolfstyp. Ich verstehe schon. Hast bestimmt eine dunkle Hintergrundgeschichte. Hm, Moment, kann ich da oben durch? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Ah, ich liebe diesen, diesen, diese Art Doppelsprung. Das war übrigens mega knapp gerade. Ich mache das mal ganz soundlos. Wow, 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 pfff. Moment, muss ich da nochmal klettern? Ja, dann komme ich durch. Okay. Okay, das ist extrem... Ah, da unten komme ich zurück. Ah, perfekt. Das ist extrem geil, muss ich sagen. Ich mache das schon wieder. Ich springe da jetzt harmlos ran. Gut. Geht doch. Okay. Jetzt gehen wir mal noch den anderen Weg. Ähm, wie mache ich das denn am besten? Perfekt. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich da was da machen? Ja, oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Oh, das Spiel macht so viel richtig. Hm, okay, Moment. Ach so, halt. Moment, ich merke gerade, dass das gar nicht so klug war. Also, ich hätte das gar nicht so machen müssen. Ähm, aha, aha, aha. Ist hier oben nochmal was? Nein. Hm, ich möchte bei allem... It's not just a watch, it's a symbol. Okay, ist das ein Hint? Ob das Spiel die Echtzeit trackt und ich muss zu der Echtzeit dort sein? Das wäre ziemlich krass. Oh. Ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass es mich nicht gleich instant dort rüber tüdelt. Okay, aber das hat auch relativ gut funktioniert. Oh, das war vielleicht gar nicht schlecht. Äh, das war vielleicht gar nicht gut, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das tatsächlich noch schafft. Mhm, mhm, mhm. Das war schlecht. Ah, Mist. Das war blöd. Gut, okay, wir machen das anders. Da bleiben wir noch so. Okay, Moment, nein. Kann ich da auch hoch? Hm, da gibt es auf jeden Fall nochmal so ein kleines Dingsie. Das war zu viel. Okay, wir halten uns einfach nur fest und klettern. Ah, sehr schön. Das ist so geil. Cool. Okay, ich nochmal zurück. Hm. Ich möchte... Ich glaube, ich möchte mich schnippen. Oh, da bin ich aber weiter geschnippt als gedacht. Aber ich kann das vielleicht... Oh. Vielleicht kann ich das ausnutzen. Äh. Ich halte mich demnächst fest. Rechts. Oh. Wow. Das ist härter als gedacht. Äh. Ähm. Ähm. Wir schaffen das. Mhm, 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 mhm. Wow. Äh. Jawoll. Jawoll. Es hat gleich um einiges besser funktioniert als angenommen. Ähm. Festhalten und dann... Auf beide Seiten springen. Das war schlecht. Ach, und ich sammle... Wow. Ich sammle das immer erst automatisch ein, sobald ich, ähm... den Boden berühren. Das ist clever. Nur jetzt... Ei. Nur jetzt gerade nicht ganz so schön. Ich muss das schneller machen. Okay. Oh, Leute. Ich bin so doof. Okay, Moment. Wir machen das nochmal ganz gechillt. Okay, krass. Nee, Moment. Wie mache ich das? Ich möchte unbedingt dieses Ding... was auch immer das ist. Äh. Schneller. Schneller machen. Schneller machen. Moment. Kletter nochmal. Jawoll. Ah. Oh, das ist so cool. Hihi. Ähm. Moment. Wie mache ich das? Okay, Moment. Cool. Der Moment, der Moment, der man nicht ganz so sicher ist, wie man das am besten löst. Ähm. Pff. Ich finde, so löst ich das perfekt. Oh, zweimal? Also einmal hoch und... Man löst das gleich auf, sobald man das berührt. Moment. Wie mache ich das denn am besten? Hm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt so machen... Oh. Das kriege ich hin. Moment. Ah, nein. Erst nach rechts, dann nach links. Okay. Huch. Aha, aha, aha. Okay, 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 okay. Und festhalten. Gut. Jetzt mal. Aha, aha, aha. Oh. Da sollte ich mich vielleicht nochmal wuscheln. Oh. Und da sollte ich mich vielleicht einfach nur festhalten. Okay. Kriege ich hin. Schön, schön, schön. Da komme ich nicht runter. Mist. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt gerade laufe. Ich laufe bestimmt ganz, ganz furchtbar falsch. Und das habe ich auch gerade mega dumm gemacht. Oh. Wie garstisch. Ähm, kann ich das dann forsen? Oh, Mist. So habe ich mir das nicht gedacht. Aber es hat funktioniert. Oh. Ah, Mist, 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 Mist. Du, 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 du. Okay, aber ich habe es verstanden. Ich sollte mich vielleicht nur nicht am Zacken festhalten, aber ja. Perfekt. Äh. Aha, aha, aha. Okay. Was bist du? Dieses Denkmal ist jedem gewidmet, jenem gewidmet, die beim Aufstieg ihr Leben gelassen haben. Äh, das bin dann wohl ich. Irgendwie. Vielleicht. Oh, da kommt man nicht weiter. Hm. Okay. Puh, ich bin Matsch. Ah, Save-Point. Quasi. Oh. Oh, das ist verniedlich. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Nein, das war nicht, nicht falsch. Das da, das, sich die Aufgabe zu stellen, dort zu klettern, war gut. Kapitel abgeschlossen. Okay, ich glaube, das reicht zum Reinlunzen. Ich bin unglaublich begeistert. Ich mache ein Let's Play daraus. Das möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen erleben. Ich habe bis jetzt das Gefühl, ich habe die Hälfte vom Spiel ein bisschen verpasst, weil ich irgendwie Wege gegangen bin und dann nicht mehr zurückgekommen bin. Also, weiß ich nicht, ob es noch eine Kartenfunktion gibt, aber das schreibt ihr mir bestimmt in die Kommentare oder ich finde es einfach selber schon raus. Das weiß ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Part und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte bewertet, kommentiert und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine drei Patrons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Ein ganz großes Dank an dich, FeierMG, weil du hast mir dieses Spiel empfohlen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elig. Bye. Bye.